So, und da sind wir auch schon wieder bei einer neuen Folge, deren Nummer ich gar nicht mehr weiß, welche Nummer kommt das jetzt rein. Ich glaube 12, 11, 12, 13 vielleicht sogar schon. Oder so. Und wir haben Snakes on a cake! Schlangen auf unserem Kuchen. Ja, ich hoffe mal, dass es die Gummischlangen sind. Das sind ganz bestimmt keine Gummischlangen. Ich mag zwar diese ganzen Gummisachen wie Gummibärchen überhaupt nicht. Nein. Aber sie ist mir immer noch lieber als die normalen Schlappen. Ja, das stimmt. Nee, ich mag das schon seit der Kindheit nicht. Ich war eher immer so der Schokoladen-Fan. Für Gummibärchen hatte ich nie... Hier, unten. Schokoladen! Achso, das machen die jetzt. Mach du mal. Ja, und wie wir sehen, jeder hat sich einen neuen Charakter dafür geholt. Genau, denn wenn wir Enten sind, weiß ich nicht, wer ich bin. Und deshalb habe ich jetzt einen Freund. Der fliegen kann. Der fliegende Frosch. Ja, bei dem ist das halt ein bisschen anders. Wenn man den küsst, verwandelt er sich in eine Ente. Äh... Ah, ich wollte da hoch. Da ist doch bestimmt was. Ja, da ist was. Ich bin schon drin. Warum? Ah, jetzt baust du nach. Aua! Ist ein Fußball runtergefallen. Das erinnert mich jetzt wieder an ein Komforttier. Ja. Achso, wir müssen jetzt gucken, dass wir damit den Ding ins Teil fischen. Mache ich das mal. Ein vortrefflicher Stoß. Irgendeiner muss es ja machen. Ja. Da ist es mir zu weit gewechselt. Oh! Hätte ich mich nicht bewegt, wäre ich tatsächlich nur überlebt. Hätte ich tatsächlich überlebt. Warte doch! Ich wollte da auch hochspringen. Ich komme wieder zurück. Ah, jetzt bist du zu weit weg. Ah! Achso, der bleibt da oben stehen. Okay, guck mal, ja. Genau, werfen wir mich hoch. Leicht. Schön, schön. Okay. Oh, wieder was für dich? Nein, doch nicht. Ja, ja. Ich dachte, du konntest da was frei machen. Wer ist denn das gemacht? Ach, gerannt. Okay. Ja! Da rennt er einfach mal kurz die Wand entlang. Hier sind anscheinend auch nicht mal die Gesetze der Schwerkraft eine konstante. Man muss einfach schnell genug rennen. Okay. Hast du mich da gerade rausgehauen? Da! Achso, er war da unten vergraben. Ich habe mich schon gerade gefragt, wo das Skelett herkam. So. Ah, wir müssen wahrscheinlich da oben hin. Okay. Ich lasse dich das machen. Wenn du da kaputt gehst, dann kann ich dich da kaputt hauen. Äh, dich wieder aufhauen. Okay. Dann mache ich das jetzt. Und ich bin wieder am Anfang fort. Du, wir hast jetzt mitgenommen. Okay. Ah! Das so schön ist. Ich komme aber beim nächsten Mal mit. Ah ne, ich bin ja wahrscheinlich wieder tot. Okay. Da ist er nicht geglitten. Bei mir auch nicht. Ich weiß nicht warum. Das Spiel mag uns nicht. Ich glaube er der Kontrolle hat schon. Oder wir sind zu gut. Jetzt geht's, aber der ist nicht schnell genug. Doch, der war schnell genug. Krass. Ich bin tot. Ah! Warte, da hast du es noch geschafft. Okay. Ich bin weg. Nein! Nein! Kann ich... Ach, Mensch. Ich kann nicht gedrückt halten, merke ich gerade. Der macht dann sofort gehen. Ja, siehste. Bei mir geht das auch nicht mal. Ja, ich dachte, das geht nur als Ente nicht. Ich komme mir mal vor, als wäre ich viel zu langsam damit. Gerade noch richtig. Komm. Lauf, 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 lauf! Yay! Na, also. Like a sir. Ja, warum befreist du eigentlich all die Berners? Das sind doch andere Könige. Die machen nur dein Reich kaputt. Ja, das frage ich mich auch manchmal. Und ich bin mir auch noch nicht sicher. Vielleicht... Vielleicht befreie ich sie nur, um sie dann hinterher wieder einzuspannen. Oh! Ach, du hast da noch nichts gemacht. Ich kann da nichts machen. Ach so. Dann hau mich noch mal hier auf, bevor da was passiert. Komm her! Komm mal her, ach ja. Oh Mann! Ich bin immer viel zu spät da. So, jetzt aber. Bart, komm mal her! Ach ja. Kennst du nicht das Lied, komm mal her? Nee, aber ich kenne das von den Simpsons. Das ist von... Lass mich nicht lügen. Murphy und die Pulveraffen. Das ist halt so ein Lied, da mutzen die... Da mutzen die gegen das Publikum mit. Oh, okay. Ach ja. Ach, da bin ich. Okay. Ich verliere gerade so ein bisschen den Überblick, wo ich denn bin. Okay. Ach ja, Bart, komm mal her. Nein, nein, nein. Ich wollte die... Ich war zu gierig. Ich wollte die Mütze haben. Hauen, hauen, hauen. Okay. Plump. Moment. Also, das könnte man schaffen, wenn ich dich hoch... Ah, okay. Ich wollte dich hochwerfen. Aber das war ja dann wohl nicht nötig. Da war es schon gleich wieder weg. Ja, das ist super gelaufen. Hier sieht man wieder unsere hervorragende Teamarbeit. So, extra Leben. Dann warte ich einfach mal hier oben. Wie soll man da durchkommen? Weiß ich nicht, mach es mal vor. Nein! Ich wollte den normalen machen, aber irgendwie, wenn ich jetzt normal nach vorne drücke, haut der nicht, sondern der macht diesen Vorwärtsstoß. Ja, ist bei mir genauso. Okay. Deshalb kann ich auch nicht genug teilen. Ja, neuer Versuch? Ah, ah. Ja, hau mich noch da rein. Bart, komm mal her. Ach, ach ja. Da hättest du dich noch fallen lassen können. Okay. Schön, schön. Schön, schön. Da bin ich. Ach, rechts hätten wir lang müssen. Ding, 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 ding. Ja, das war irgendwie daneben. Da will man jemanden retten und schon wird es eingebüßt. So. Okay. Da, wie gesagt, ich meine, dass ich mich mit dem Ton ein bisschen verzögere. Das stimmt, ja. Was war das? Das war, glaube ich, einer von diesen Lüchadores. Ah, wie schön. Ah, ich dachte die ganze Zeit, ich wäre der... Oh. Ich habe schon extra eine andere Anlage genommen. Ja. Der Dicke bin ich. Ich dachte gerade die ganze Zeit, ich mache alles richtig und dann... Dann merkst du, ich habe alles falsch gemacht. Dann habe ich gemerkt, ich habe nur die gleichen Sachen ausgeführt, aber ich war woanders. So, jetzt, aber ich... Au. Also das gefällt mir, dass sie da durchfallen. So, jetzt hast du mich aber kaputtgehauen. Ich dachte, du wärst in der Blase. Ich war nicht in der Blase. Du hast mich in den Abgrund gehauen. Ich will einfach nur den Luchadore nochmal sehen. Die drei. Können wir den Luchadore nochmal sehen? Ja, hier. Na, wo bleibt er denn? Nee, hier noch nicht. Doch, da kommt er jetzt, oder? Hier. Da ist er. Ah, verdammt. Ah, Mann. Der Lümmel... Der Werner ist einfach zu klein, als ob ich den groß im Auge behalten kann. Deshalb habe ich einen dicken Frosch. Jetzt aber. Das passt aber jetzt gut mit der Musik. Okay, ich bin tot. Ich nicht. Ich komme nach vorne, ich komme nach vorne. Hau mich. Ja, schön. Warum läuft das? Der ist die ersten Male nochmal gegangen. Hast du das gesehen? Ich war gleich auf Spurten und dann wurde ich aufgefressen. Die letzten Meter habe ich auf dem Hintern absäubt. Komm her. Ah was, ah? Ach ja, komm her. Komm her. Ach ja. Gold. Ja, sieht so aus. Warum setzt man eigentlich mittlerweile immer noch Platin da vor? Vor Gold. Warum vor Gold? Ja, normalerweise, wenn du irgendwie, du hast Bronze, selber Gold und dann in manchen Spielen kriegst du noch Platin. Ja, das ist extra. Warum? Besser als Beste. Das finde ich aber blöd. Du kannst nicht besser als der Erste sein. Wenn du noch einen Rekord aufgestellt hast, dann bist du besser als der Erste. Du bist ja der Erste. Dann bist du ja nicht besser als der Erste. Und ich habe keine Ahnung, was... Ach, Lucha Libre, Galloway. Okay. California, get away, get away, get away. Komm da unten. Ach so, wir müssen nach rechts. Ach ja, komm mal her. So, wie machen wir das? Äh, da ist nicht viel drin. Warten wir einfach, bis das weggeht. Schon wieder da steht, komm mal her. Ach ja. Ach ja. Jetzt kannst du springen. Hui. Siehst du? Oh. Die andere Möglichkeit wäre halt gewesen, aufspringen, kaputtern und da an den Dinges setzen. Ich will noch mal rutschen. Cool. Aua, und da wurde ich schon verhauen. So, viel Spaß mit einem Spiel. Na komm, waren kaputt. Na dann. Elegant ausgerechnet. Und da kommt der... Ich dachte eigentlich, du machst eine Rutschparty, aber gut. Ja, ich war zu schnell. Dann rutschen wir halt hier. So, diesmal nicht. Not today. Not today, Sir. Na, wen pfeift er denn da? Oh, den pfeift er. Lille, eine Hose, grüne Haut, das ist der Hulk. Oh, der mexikanische Hulk. Der Luchadore. Mit einem U. U. Ach du Scheiße. Ja, und du dachtest, ich sparte. Ja. Aua. Beeilung, Beeilung, Beeilung. Opfer sind sogar arme Frösche. Was halten dir Opfern? Ich gucke nur, dass ich schneller bin als du. Na ja, Aua. Ich wurde kaputt raus. Das ist echt arschig, was du da machst. Ich? Ich renne doch nur so schnell wie möglich. Ja, dabei haust du mich und dann werde ich von dem Luchadore gefressen. Der mag Frösche. Aber das ist echt so, wenn du auf diesen Hängen bist und dann unten drückst, bist du echt schneller. Ja? Ja. Cool. Hab ich gerade geguckt, so bin ich ein bisschen nach vorne gekommen. Ah, mich hat das blöde Skelett hier fast erwischt. Luchadore! Siehste, da bist du viel schneller mit. Und das sieht so bescheuert aus. Hüpp. Ich glaube, jetzt haben wir ihn abgehängt. Ne. Da hinten ist er. Ich sehe ihn nicht. Aber ich höre ihn. Da ist er. Ich kann nicht riechen. Aua. Lauf, 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 lauf. Fang auf die Spice. Ah, da hat er mich zurückgehauen. Dieses Skelette. Luchadore! Arriba! Du bist jetzt so ein bisschen die Vorhut hier. Naja. Wenn ich sterbe, weißt du warum. Aua. Nein, nein, nein. Nein! So knapp. Warum springt er nicht da durch? Nicht die Tröte. Dann würde ich ihn gleich umdrehen und ihn hauen. Aaaaaah! So, jetzt aber hier. Er lacht fies. Lauf, 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 lauf. Kriegst du alles hin? Ja! Ha! Anakin, du warst der Auserwählte. Jetzt kriegt er all die Schwatze ab. Kommt er jetzt echt als Darth Vader wieder. Das wär's. Das wär cool. Na, Fluchadore. Gold! Da-da-da-da-da! Da-da-da-da! Okay. Ja, ja, wir haben Lucky Ticket. Wieder vorletztes Level sind wir aber schnell gewesen. Ah ja, diesmal. Und wir wrestlen mit einem Giganten. Machen wir jetzt noch, oder? Ich glaub, wir haben doch nur das eine gerade gemacht, oder? Ich weiß es nicht. Ansonsten wird's ne lange Folge. Doch, wir haben Snacks und Cake haben wir schon gemacht. Okay. Dann würde ich sagen, äh, jetzt können wir das erst in der nächsten Folge. Ja. Da aber dann gleich mit dem Musical zusammen. Ja! Ja!